Hi. Ich bin's wieder. Amy. Es ist heute ein verdammt stürmischer Tag. Sehr stürm, 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 stürm. Aber ich wusste dir unbedingt ein sehr besonderes Video geben. Viele haben mich schon speziell danach gefragt und deswegen gibt es heute für dich ein sehr spezielles Video. Mouth sounds fishy to know it. I'm breathing. Ich weiß, für viele mag das vielleicht ein bisschen verstörend klingen, aber ich muss ganz speziell wofür ich spreche, wenn ich sage, dass ich es jedes Mal sehr schön finde. Wenn man mir jetzt vorhaut, ganz nah vor. Ich bin momentan für den ganzen Hutschund faszinierend. Gute Tage. Stecken, 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 stecken. Intensive Mundgeräusche an deinem Oberrat. Also lehne dich einfach zurück. Setz deine Kopfhörer auf, schließ deine Augen, gerade an so stürmischen Tagen wie heute. Vielleicht ist es immer nicht mal ein bisschen schwer loszulassen. Und ich möchte dir dabei hoffen, dass du deinem Mietheim wieder perfekt für dich nutzen kannst und richtig relax. Wenn das ein bisschen zu strange ist, würde ich dann ganz gerne durch meine anderen Videos durchschauen. Nögeräusche 1 Nögeräusche 1 1 Nögeräusche 1 1 2 1 2 1 1 2 4 1 2 Guss mal ein bisschen. Guss mal ein bisschen. Okay, 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 okay. Alright, okay, 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 so Ich finde, wir können auch zwischendurch ein wenig von diesem Öl genutzen. Das sind auch immer sehr spannende Geräusche. Und das ist auch immer wieder ein wenig von den Öl genutzen. Und das ist auch immer ein wenig von den Öl genutzen. Ich finde, wir können auch ein wenig von den Öl genutzen. Ich finde, wir können auch ein wenig von den Öl genutzen. Und das ist wirklich sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ich finde, wir können auch ein wenig von den Öl genutzen. Ich finde, wir können auch ein wenig von den Öl genutzen. Und das ist auch immer ein wenig von den Öl genutzen. Und das ist auch ein wenig von den Öl genutzen. Und das ist auch ein wenig von den Öl genutzen. Riecht sehr gut, ich liebe Kokos, ich hoffe, ich verstehe alles, was mit Kokos zu tun hat. Das ist vielleicht auch ein bisschen strange. Aber ich muss zugeben, nichts geht über Kokos für mich. Kokos, 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 Kokos. Ich habe deine Augen geschlossen. Riecht sehr gut. Riecht. Riecht. Fertig, 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 Fertig fertig, 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 fertig. Was soll ich hier sein? Und wieder... Tick, 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 tick. Leni Göns entspannen zurück. Lass deine Augen so, dass sie einfach geschlossen hat. Genieß den Moment. Genieß deinem Moment. Tick, 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 tick. Tick, tick. Tick, tick, tick. Tick, tick. Was wird tief durch. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Ich habe mich über die Zeit, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen. Just relax... Legs 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 Du kannst einfach loslassen und einschlafen. Lass einfach los, schlafen, einschlafen, einschlafen, einschlafen. Genieß es. Genieß es, genieß es, genieß es, genieß es. Genieß es, genieß es, genieß es. Genieß es. Genieß es. Genieße die Stille, genieße die Ruhe, es ist deine Zeit. Deine Zeit, ich hoffe du konntest gut genug entspannen und genießen, ich habe mich wieder sehr gefreut, dass du da warst, dass du zusammen mit mir entspannt bist und ganz zu schluss wollte ich dir noch eine Frage stellen, denn ich möchte sehr gerne an Q&A machen, weil ich schon viele Fragen gehalten habe und es manchmal ein bisschen schwer ist mit den Kommentaren hinterher zu kommen. Deswegen schreib mir doch als Kommentar, wie dir das Video gefallen hat, ob du es nicht so strange findest, mit Mausshells und Breezing zu entspannen und ob du das ein oder andere Dingeln gespürt hast und stell mir gerne eine Frage, was du von mir wissen möchtest. Ich antworte in meinem nächsten Video auf andere Fragen. Also ich freue mich von dir zu lieben und sage jetzt schon bis zum nächsten Video, bis ganz bald. Deine Amy. Bis zum nächsten Video, 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 bis zum nächsten Video bis zum nächsten, bis zum nächsten